Hey Leute, hier ist der Aldemar. Zurück mit Mountain Blade Spannerlord. Oh, warte, ich hab was vergessen. Wir haben es wieder auf Deutsch gestellt. Ja, ich hab's nicht vergessen. Ich habe auch eine Sache vergessen. Ich will... Hä? Kampagnenoption. Ah. Ne, warte mal. Hey, ist mich verwirrt. Option. Ah. Ich habe heute hier die... Ich habe die auf 600 gestellt. Ich wollte wieder runter auf 500. Oder 498. Was auch immer. So, da sind wir. Ich wollte eigentlich ein bisschen rumlaufen, was machen. Aber die erklären in zwei Sekunden wieder Krieg. Ja. Toll. Wir rekrutieren jetzt erstmal, was das Zeug hält. Und dann geben wir mal... Ja, da ist der Krieg. Toll. Ist das Kaiserreich. Ja, ich bin dann auch mit Desporia mitgeritten. Und dann ist die Armee erstmal vernichtet worden. Deswegen habe ich jetzt nochmal geladen. Um es euch zu zeigen, wie lächerlich es hier wieder ist. Meine Güte. Ich will doch nur mal kurz Frieden haben. Ich meine, die erklären Krieg. Die machen Suizid. Die begehen wirklich Suizid. Die Armeen von uns sind ja Fritte. Es sind ja nur Bauern. Wir haben ja nichts. Die Lappen. Die Blöden. So, ich muss erstmal meine Armee wieder aufstocken. Das ist erstmal wichtig. Ich wollte gerne nochmal zurück nach Balgard. Ich nehme aber erstmal mit, was geht. Und dann überlege ich es mal. Surrender or die. Oh, die wollen sogar kämpfen. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Ich lasse das mal alles laden. Jetzt muss ich das einmal laden. So. Weil einmal nach einem Laden muss das halt sein. Was war da? 41? 41 Plünderer. Komm. Tretet mir bei. Tut mir den Gefallen. Oder auch nicht. Das ist auch gut. Ein Toter. Schande über dich. Du hast deine Familie in den Schmutz gestogen. Stürkischer. Äh, gezogen. Stürkischer Soldat. Unfassbar. Aber schön ist die Musik immerhin. Wir könnten. Ich wollte doch meine Karawane wieder losschicken. Klar. Guck mal. Milos. Ach, schade. Die haben es geschafft. Komm, Milos. Du musst mal leider drunter leiden. Ingealter. Guck mal. Ölpressenzunft. Milo kann sterben. Wie keiner sterben kann. Milo im Arm sterben. Oh ja. Milo kann das sehr gut sterben. Ja. So. Tenops. Ja. Geil. Immer fragen. So. Milo. Guck mal. Alle werden alt. Ich wusste, er war mal jünger. Guck mal. Guck mal. Ich werde auch grau. Aber ich kann nicht sterben. Richtig? Oder kann ich an Altersschwäche sterben? Wow. Komm. So viel Kavallerie habe ich gar nicht. Oh. Ich nehme alles zurück. Müssen wir auf jeden Fall nach Hause bringen. Warrior. Warriors! Line er! Give him hell. Horse attack! Arrows! Verbeet! They're moving! Oh. Warrior! Do the horse after me! Dann sollen sie mal kurz die Kavalerie abknallen. Naja, gucken wir lieber woanders hin. Das war's mit der... Boah, jetzt schießen sie erstmal ihre Salvenpfeile ab. Ich weiß, es sind nicht viele, aber ich will jetzt auch nicht die Kavalerie verheißen. Egal, jetzt kann ich nicht mehr... Jetzt habe ich Blödsinn gebaut. Das ist mein letzter Knüppel. Jaaaa! Jaaaa! Du kannst gehen. Ich weiß, ich brauche es. Uh! Habe ich genug Platz? Ich nehme erstmal nochmal ein paar mit. Oh, ich habe echt viele Gefangene, aber... Das geht gerade so. Komm, ich mache die Looter weg. Wo sind sie denn? Kann ich auch so bekommen. Es gibt gar keine Looter bei mir. Habe ich keine genommen. Kaiserliche Sperr-Miliz. Scheiß auf die kaiserliche Sperr-Miliz. Auf die Sperr-Miliz. Ich muss Sachen verkaufen gehen. Ich weiß, es ist nervig. Aber es muss sein. Wir müssen jetzt mal zurück. Was ist mit dem Banditen-Hideout da? Jetzt erfüllen wir keine Quest. Nein. Im Schloss wahrscheinlich auch nicht. Scheiß auf das Schloss. Wie können sie nur? Ich halte es bei jedem Dorf einfach mal an. Hutzleim. Das haben wir erobert. Hutzleim, Hettigos und Gersikos. Ich wette, wir verlieren wieder Amitatis. Beim Teutatis. Amitatis? Nein, ich will keine Töchter finden. Tut mir leid, aber das ist echt zum Kotzen. Ich bin König. Ich suche mir das aus, was ich machen will. Ich will nicht. Das mit den Ländern habe ich sowieso noch nie gemacht. Also mache ich es auch nicht. Ich will Looter verprügeln, upgraden und Gefangene rekrutieren. Nix. Meine Güte, das sind aber auch mal mehr. Karawane begleiten. Das könnte ich nur noch mal machen. Aber... Verfolgen. Ah, ja stimmt ja. Da war er's. Siehste. Fredrikat, da ist er doch. Das war auch meine Absicht. Das war meine völlige Absicht, hier wieder hinzukommen. Äh, 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 äh... Friede-Kart. Stimmt, ich muss doch... Wir gehen nach Balgard. Machen von der Aus die Karawane. Guck mal, 18 Gebirgsbanditen. Ja, viel zu langsam wahrscheinlich. Zumachen. Ja, die sind schneller, aber... Ne, sind wir da nicht in die Falle gegangen? Ach, egal. Athalflat. Das ist aus der Gefangenenschaft. Gefangenenschaft? Habe ich ein Level gemacht? Warte mal, ich habe es verwirrt. Ich habe es verwirrt. Halt mal. Taktik. Taktik, Taktik. Gruppenmitglieder verringern die Dauer der unorganisierten Zustands um 50%. Äh... Was ist denn der unorganisierte Zustand? Ist das quasi nach einer Schlacht? Damit die nicht so schnell so langsam sind. Und Friede-Kart. Ach ja, der ist ja jetzt mal wieder in meiner Gruppe. Einhändig. Oh Gott. Oh Gott. Und Friede-Kart. Egal. Athletik. Oh, das... Nichts mit Handeln? Das ist ja gar nichts. Ah. Aber er hat ja auch gar nichts in... ... ... ... ... ... ... Und Amitatis verloren. Amitatis ist verloren. Da ist es. Äh... Verlierotatis. Oof. Ist das toll. Beste Dorf neben Mott. Mott und Oof. Die Achse. Die zwei Dörfer. Die zwei Türme. Erpressung von Deserteuren. Aha. Ah, die erpressen die Dörfer. Und dann machen wir die mal platt. Wo auch immer die sind. Erpressung von Deserteuren. Und jetzt haben wir Tötung von Deserteuren. Aber die wohnen doch ganz woanders. Eine Gruppe von Deserteuren im Dorf regelmäßig überfällt. Er hat dich gebeten im Hof zu warten. Deserteure... Okay. Warten wir mal kurz. Da kommen die Deserteure. Da kommt meine Kleinen. Das ist ja cool. Ich hab grad in die Face gemacht und guckt, wo die aus ist. Landische Champions? Hallo? Wir machen mal lieber selber Angriff. Dieser Tür... Ja, äh... Boah, Alter. Ja, Männer, los! Jopftala! Oh, shit. Gibt's doch nicht. Ich wollte für Kavalerie wir haben. Super. Es sind zwar nur ein paar, aber sie sind die Besten. Wohohohoho! Oh! Ups! Jetzt los! Ah, jetzt. Zack. Boah, guck mal, er hier. Die arme Sau. Guck mal, er fährt in die Speere. Ich glaube, wir brauchen mehr Hintergrund. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Sehr schneidig. Niemand umgeht den Knüppel. Aber nicht schlecht. Die haben gute Einheiten dabei gehabt. Die Kavallerie auf jeden Fall. Raubritter. Hurra! Nur mal 20 Gefangene rekrutiert. Sehr schön. So. Die Quatsch haben wir auch. Sehr schön. Alderman kehrt bitte nach Uft zurück. Okay. Normalerweise sind die am meisten... Danke. Äh, oh, ne. Häfte Münzen reicht bedürftet. Behaltet die Münzen überhaupt. Der Segen aus dem Volk ist mir genug. 60 Ehre. Oh, 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 oh. Der heilige Aldemar. Fest zum Varagos gehört nun Aldemar. Sehr schön. Gucken wir, wie lange. Oh, noch mal Deserteure. Cool. Ist mir egal. Kämpft. Kämpft hätten euer Krieg. Wir helfen unseren Dorfbewohnern. Das haben sie sich verdient. Dann warten wir jetzt mal auf die. Es ist jetzt leider auch ein bisschen dunkel. Ich würde das jetzt wieder tagelaufen. Da sind. Da kommen sie. Ja, blöd, ne? Guck mal, die Bauern helfen uns sogar. 25. Scheiße. Mist. Ich glaube, wir haben nur eine Wahl für einen völligen Angriff zu starten. Der totale Angriff. Folgen wir mal unserer Kavallerie. Sehr schön. Das war's schon, ne? Das war's schon. Ja. Na gut. Hurra, Männer! Ja! Das macht wieder mehr Spaß. Das kommt mit den Deserteuren. Alter, ich muss upgraden. Unbedingt. Wer mit's. Fredekart ist ja nicht so toll beim Handeln. Soll ich mal jemanden holen, der handeln kann? Wir halten erst mal Fredekart. Ihr verliert das doch sowieso wieder. So wie alles andere. Wenn wir nochmal Armitates erobern, bleibe ich aber wirklich mal den Armitates selber. Und verteidige. Jetzt mal sortieren. So. So. Ich muss definitiv mehr Looter holen, weil die kann man eigentlich schon sehr cool upgraden. Aber ich bin immer so faul. Habe ich jetzt meine Kavallerie eigentlich noch hier? Ich will keine botanische Kavallerie. Sehr gut. Oder habe ich die alle dabei? Oder ist das eine neue Kavallerie? Ich glaube aber eher, dass ich... Äh... Oh Mist. Habe ich gar keine Garnisonen mehr hier? Asky... Askyon. Hm. Ich habe meine ganze Garnisonen mitgenommen. Habe ich das echt gemacht? Wow. Ich lasse mal meine Kavallerie hier. Oder ich nehme die Kavallerie wieder mit. Aber ich habe immer noch einiges an Platz. Komm wir lassen mal die Milizen hier. Was muss ich jetzt mal finden? Und die zwei Hände. Parksträger. Komm. Die nehme ich mit. Habe ich die denn überhaupt? Äh. Das ist natürlich nicht so toll. Ach komm. Ich verkaufe mir was. Achso. Ich glaube ich habe meine ganze Garnisonen mitgenommen. Befangen sind noch alle da. 300. So und so viel. Meine Güte. Ich glaube ich lasse die mal alle hier. Oder? Ich sortiere die mal. Nur die Kavallerie dabei haben. So. Oh. Ich muss noch nach Pferd zurück. Habe ich vergessen. Äh. Handeln. Gehen wir jetzt. Sekunde. Erstmal kurz was verkaufen. Puh. Okay. Fangen wir da an. Wo wir mal anfangen. Egal. Weg damit. Komm. Ich gebe dem die Handelsgüter. Ich will hier die nicht wieder arm machen. Meine Güte. Wir gehen lieber woanders verkaufen. Leinen. Heute. Salz. Aber es hat nicht viel. Lehm. Flachs. Dankeschön. Ja. Dann bleiben wir erstmal so. Dann haben wir ein paar weniger Gefangene wenigstens. Ach wir sind in Omo. Wir sind ja gar nicht in Ballgart. Ich trottel. Wir müssen jetzt immer nach Pferd. Entschuldigung. Was ist denn los mit mir? Ma-ha-ha-ha-ha-ha-no-ho. So fährt. Nein. Ich will keinen Spaziergang machen. Ma-no. Egal. Come on, Boy. So. Nein. Ich wollte doch gar nicht. 20 Ähre nur. Schade. Schade. Wir brauchen jetzt mal neue Begleiter. Wir müssen jetzt mal die Tavernen nochmal abgasen. Scheiße. Dann bleiben wir jetzt mit der Armee erstmal so. Bevor ich jetzt... Dörfer abgrasen für Essen nicht vergessen. Wir werden eine Quest. Gucken wir gleich mal. Geil. Geil. Oh. Ich bin der Beste. Willkommen. Ich bin der König von so und so viel. Ich bin der Beste aller Besten. Schön hier. Ich kann auch noch welche anheuern. Wir könnten jetzt sowieso mal gucken, dass wir... Wir können noch einen anhören. Friede Karten bleibt schon bei mir. Kommen die denn überhaupt? Müssten eigentlich... Oh man, ich habe so viel Cola und Kaffee heute getrunken. Ich habe heute im Hearts Verein gestreamt. So viel Kaffee und Dinges... Boah, 58. Guck mal. Ja, kommt hier hin. Kommt hier hin. Kann ich ja schnell platt machen, bevor die Dinges kommen. Vielleicht kommen die überhaupt gar nicht. Sehr schön. Vielleicht werden die gerade irgendwie aufgehalten oder so. Ich meine, wir warten ja hier. Vielleicht kämpfen die gerade irgendwo. Hank wurde von... Fahre und Skruppe. Achso, ich wollte gerade sagen. Hank wurde von... Deserteuren. Hä? Ach, er reitet selber hin. Was ist denn jetzt los? Ist aber Nacht. Guck mal, es sind Waldbanditen. Geil. Komm, holen sie uns jetzt. 50. Da kann ich auch nicht. Soll ich mal... Ich probiere mal auswürfeln. Na, zwei. Wir haben... Okay. So, dann wieder. Dann aber diesmal... Denen das Geld lassen. Ihnen das Geld lassen. Mitsui versammelt aber mehr. Die kann wenigstens Armeen versammeln. Finde das gut, dass man die so sprechen kann direkt. 60 Ehre. 60 Ehre. Wie sieht's aus? Sind wir jetzt ehrenhaft oder nicht? Wahrscheinlich doch nicht. Aber wir brauchen mehr. Mehr, 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 mehr. Handeln. Wow. Wow. 25 für die Handelsstrafen für Ausrüstung. Auch die Gewinne sind markiert. Fairere Handelsstrafen für Handelswaren. Ausrüstung. Von Verkauf ich immer am meisten. Okay, weiter geht's. So, wie sieht's hier aus? Attaconia, Resos, Gesegos, Härtigos. Irgendwas verloren. Diatma, Udlime. Baragos hatten wir mal kurz. Aber sonst sieht's gut aus. Rotar. Da würde ich ja gerne mal ran. Oh, da würde ich ja mal gerne ran, ne? Rotar. Oh, du süßes Stück. Aber ich will keine Armee ausheben. Hab ich gesagt. Kostet alles ein Fluss. Das wollen wir nicht machen. Hab ich den Falschen gedrückt? Mist, egal. Ja, du blöder Bergbandit. Mann, wir kriegen aber auch nicht wirklich neue Rekruten. Ja, hol ihn dir selber. Komm, gehen wir mal gucken. Gehen wir mal gucken. Bandit Hideout. Aber Battania scheint die echt Amitatis. Rotar. Komm, Rotar. Das wär so toll. Toltar. Beim Tortellini. Die werden mich wahrscheinlich angreifen. Wer bist du denn? Oh. Zurück. Komm, wir helfen ihm mal kurz. Kann ich mich... Kann ich den irgendwie... Hab ich den nicht schon mal? Miron. Hä, hä. Sei froh, dass ich dich gefangen genommen habe. Komm mit. Oh. Komm, hast du nicht irgendwas Kritisches? Aber ich glaub, den haben wir doch schon mal. Haben wir nicht den schon mal bei uns eingeladen? Naja. Kritischer Misserfolg. Oh ja, dann nicht. Wir haben's probiert. Charisma mal. Jetzt sind's ein paar mehr. Hm. Wallaus. Komm her. Du Lappen. Ist aber Nacht. Sorry. Da hab ich keinen Bock drauf. So, jetzt aber. Betten ist wieder Nacht, wenn ich ihn eingeholt habe. Nee. Ach komm. Ist mir zu blöd. Wollt ihr ein bisschen Klamotten haben? So. verranzte, vollgeschwitzte Komperschafe. Hier. Ja, was soll ich machen? Komm, wir belagern einfach mal. Ich würde doch schon jemand angreifen. Vielleicht kommt ja noch jemand dazu. Ich würde ja schon gerne meine Söhne nochmal holen. Mit denen habe ich richtig gut Punkte gescheffelt, ne? Aber ich habe nur Walter. Franz. Hank ist irgendwo. Der Umfeld Walter, was soll's? Walter, 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 Walter. Oh nein, mein Vater ruft. So. Bla. Ble. Blum. Also beim nächsten Mal spiele ich auf jeden Fall mit Tod. Scheiß drauf, ja? Mitspielen wir mit Tod. Mit Vollsterben, Vollkontakt. Und dann spielen wir mal für... Ich weiß nicht, mal gucken. Vlandia. Aber haben wir ja sowieso schon. Hab ich... Ich will mal gerne wieder nach Vlandia, ja? Also... Tipp für euch selbst. Geht auf keinen Fall... Äh... Nach Stugia. Nehmt denn, ihre Bogenschützen sind scheiße. Das mit den Sperrwerfen ist echt übel. Und ich glaube, das ist ein... Ähm... Müssen aufpassen. Ich speichere mal ab, ne? Ich mach's wieder viel zu selten. Lala 1. Hier sind alle... Sind wir nicht... Oh, ich muss hier aufhören. Leute, tut mir leid. Das war eine Folge Mountain Blade Bannerlord. Bis dahin haut rein. Scheiße. Bis dahin haut rein.